Jetzt wird es richtig... Ach du Scheiße. Jetzt muss ich nochmal durchzählen. Sie bekommt 5 Schaden. Der unten 5. Der oben 4. Also 4, 5 und 9. Okay. So. Den müssen wir jetzt erstmal schützen. Ja, jetzt können wir das machen. Da kriegen wir hier ein paar Bomben dazu. Das passt schon. Ich glaube, so wird er jetzt erstmal eh einen Schaden fressen, aber das wäre... Egal. Ach komm, hier. Da fressen wir gar keinen Schaden. Alles gut. Also der Kampagnenmodus, da hat man dann noch so ein bisschen eine eigene Festung, die man aufbauen muss. Und dort hast du auch alles drin mit Schmied und alles. Da kannst du dir eigene Waffen craften und sowas. Das ist dann nochmal ein Stück komplexer. Das ist jetzt hier so ein Modus wie Slay the Spire oder so. Wo du einfach nur durch die Dings durchmarschierst. Durch die Gefechte. Aber im Kampagnenmodus kannst du relativ frei deinen Weg gehen, wie du Bock hast. Was macht denn der jetzt hier? Okay, das ist egal. Den haben wir fertig. Ja gut, dann können wir ja eigentlich ähm... Das Geile ist hier eben, du hast acht verschiedene... Ach, fuck. Jetzt habe ich nicht mitgedacht. Äh, fuck my life. Jetzt müssen wir auch noch... Naja, können wir ja noch. Dass du hier acht verschiedene Charaktere hast, die sich alle unterschiedlich spielen. Und alle acht Charaktere haben nochmal drei... ...wie so Spezialisierung. Und im Kampagnenmodus hast du dann sogar noch die Möglichkeit zu unterscheiden zwischen normalen Modus. Was einfach ist, Rogue-Light und Rogue-Like-Modus. Bei dem Ehen, da kannst du... Da werden die... Beim ersten, wenn du da in die Stadt zurück gehst, also in deine Basis da... Da werden die komplett geheilt. Also kannst du komplett heilen. Bei einem anderen, wenn sie... Nee, warte mal. Jetzt muss ich ja mal überlegen, ob ich das zusammenkriege. Also beim Ehen, wenn sie da sterben. Beim ersten... Ich glaube, das sind die nach dem Gefecht wieder da. Nee, nee, nee. Da musst du in die Stadt gehen, die die wieder will leben. Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Irgendwie beim... Also beim dritten war es dann so, sobald ein... ...erbündeter gestorben ist, dann kannst du den auch in der Stadt nicht mehr wieder beleben. Dann ist er halt weg. Das war so das Schwierigste. Und dann hast du dort noch, glaube ich, zwei oder drei verschiedene Schwierigkeitsgrade. Äh, jetzt muss ich mich mal hier konzentrieren. Alter. Okay. 5, 0 und 11. So, er braucht jetzt erst mal ordentliche Deckung. Äh, äh, äh. Äh, äh. Äh, äh. Ist halt schade, dass unser Bier dort oben schon ein bisschen Schaden gefressen hat. Sonst wenn wir... ...hier aller Voraussicht nach komplett schadensfrei aus dem Kampf rausgegangen. ... 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 Und noch einmal. Ah, der geht auf die Mitte hier. Das ist eigentlich ganz passabel. Ah, das juckt mich, wenn die in der hintersten Reihe steht. Die ist eh mehr so, dafür da zuzuarbeiten. Ach, scheiße, das hätte ich vielleicht eher machen müssen. Na, egal. So, na dann. Jetzt kommen wir nämlich noch zu was ganz Schöne. Gut, das ist jetzt nochmal eine Zusatzüberraschung. Aha. Oh, 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 oh. Episch. Episches Schwert. Ne, legendär. Nahkampfangriffe ziehen Ziele heran. Plus eins Angriffsschaden. Was soll daran so legendär sein? Wir testen es mal aus. Wir haben ja bisher noch nicht wirklich was ausgerüstet bei unseren Jungs. So, jetzt können wir nämlich zu den Stufen aufstiegen. So, da haben wir hier den Charakterbaum. Also, wer oder weniger einen Charakterbaum. Momentan ist das alles noch witzig. Wenn man hier lange genug überlebt und das besonders dann beim Story-Modus kommt, steht hier oben drin. Gibt drei weitere Fertigkeitspunkte aus, um das nächste Fertigkeitsraster freizuschalten. Nochmal so ein Raster, was man sich frei hier dran basteln kann. Und so weiter und so weiter und so weiter. Hier kann man neue Karten freischalten. Hier kann man Fähigkeiten, das habe ich bisher noch gar nicht rausgekriegt, wie das funktioniert. Also, das wird dann beim Aufbau der Charaktere wird das dann richtig, richtig komplex. Und wie gesagt, man hat hier, wie gerade gesehen, unterschiedlichste Waffen mit unterschiedlichen Fertigkeiten. Die auch nochmal Karten in die Decks bringen. Und die gesockelt werden können. Also mit so einem... Ist schon. So, jetzt muss ich aber erst mal gucken. Also hier mit so einem... So ein, so ein, so ein, so ein, so ein... Ist schon. Wie nennen die sich? Wurde Scheiße. Ressourcen. Hier. Warte, warte, ich sehe es gleich, ich sehe es gleich. Ruhen, genau. Wo nochmal Ruhen eingearbeitet werden können. Das hier hinten, das sind so die ersten sieben Relikte, die ich freigeschaltet habe, von 55. Da, die bekommst du nämlich für gute Rands. Das sind die, diese Belohnungen, die wir am Anfang aussuchen konnten, wo ich gesagt habe, hier, das bringt am meisten. Weil jedes Relikt, was du neu freischaltest, was auch random freigeschaltet wird, kostet mehr. Also so, dass du, dass der Grind dann immer schlimmer wird. Aber du hast dann halt auch so Sachen dabei, wie zum Beispiel hier. Erhöht Biers Grundwerte um 1. Biers beginnt mit einem zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Das ist der hier. Deswegen spiele ich den jetzt auch sehr, sehr gern. So, benötigt 11. Nahkampf ist der auf jeden Fall. Da gucken wir mal. Nahkampfangriffe ziehen. Viele heran. Das muss ich im Kampf austesten, was das großartig bringen soll. Das bringt ja eigentlich eher Unordnung in die Formation, an die man sich gewöhnt hat. Na, mal gucken. Mal gucken. Ach, wir haben bloß einen Gegner. Uh, der peilt böse aus. Eigentlich könnte ich ihn ja dann mal bestimmen, dass er in die erste Reihe vorgeht. Aber das war doch ein Nahkampfangriff. Und da hat er den Ohr nicht zu sich rangezogen. Hm. So, die kriegt momentan alles ab. Das ist halt... Aber das könnten wir aushebeln. So. Sie ist jetzt dran. Da gehe ich mit ihr hier hinter. Dann müsste er ja jetzt sich umorientieren auf ihn. Okay, cool. Cool. Die macht halt wenig Schaden. Das ist halt das. So, jetzt er. Ah. Ja, dann. Hätte ich mir ja gar nicht so einen Kopf zerbrechen brauchen, hätte ich gewusst, dass der Gleil so eine gute Karte in die Hand kriegt. Oh. Zu früh gefreut. Ice-Resistenz. Egal. So. Machtbeschwörung oder Vorrufung. Ätherische Objekte, die schützen und Schaden zufügen. Schaden zufügen. Ja, ich würde mit dem eher ein bisschen defensiver spielen wollen. Hilfsmittel, Kontrolle, Schlachtfeld, Feuer und Eis.